um wo kommen geht es um ja endlich mal eine neue tätigkeit nicht nur scheiß Lächer bauen, wo ich nicht durchblick konstruktion ausgedacht und kannst selber nichts bauen ja das ist immer gut ich wär jetzt schon fast hier runter gesprungen, wo ich das nicht kann oder sollte also so dann mach ich jetzt, nein, das ist falsch jetzt krieg ich schon mit den Häusern Probleme hier oben Häuser? ja diese kleine Türmchen die ich hier baue so ah die Musik ist toll ja ich hör sie nicht ja das ist so ne Furzmusik, weißt du ach so, ich tu vor der Aufnahme boah jetzt hör auf entschuldigung nur weil ich bei League of Legends einen da fahren lasse und das hab ich mal in der Terraria Aufnahme gemacht echt? ja das hat man sogar noch gehört, richtig gut wie ist das so ganz so gut hat man das gehört? ja, aber voll ich schau mir jetzt gleich mal deinen Baum hier an ich schau mir jetzt gleich mal deinen Baum hier an oh, der sieht ja schon mal ganz gut aus, ne? ja, die Burg die wird richtig toll, sag ich dir allein schon wegen meinen geilen Türmchen willst du da oben noch so Geländer machen, ne? ja, so mit Cobblestone-Dingern hm? die könnte ich eigentlich mal aus dem Lager holen aus dem Inventar genau hast du eigentlich noch Essen? ja, reicht ok wenn nicht hol ich mir irgendwo irgendwas ja ich hab hier ein Feld ist das überhaupt angepflanzt? das wäre natürlich falsch bin ich aber ich denke schon ja, ist gut zum Lager ist auch noch ein bisschen Brot aber nicht viel so wo waren die gleich noch? in welcher Kiste waren die? in der Cobblestone-Kiste? ja, da sind sie, cool boah noch ein Stick voll anderthalb Sticks, krass weil Cobblestones hier sind ja schon wieder leer muss ich neu aus dem Trip mine holen und aus der normalen Kiste dann sind dort mein Cobblestone-Vorräter geschwächt und ja, dann kann ich endlich mal wieder warte die Truhen tun das hab ich nämlich immer so weißt du, Cobblestone hab ich so im Überfluss, dass ich nicht weiß wohin damit das hat man eigentlich immer ja, das hatte ich in meinem ersten Let's Play nicht und dann hatte er 90 Parts da hab ich immer Cobblestone fahren müssen weil ich so wenig hatte ja gut, da hab ich auch nicht im Berg gebaut ich könnte vielleicht da ranlegen da braucht man ja nicht so viele Rohstoffe ja, da kriegt man ja mehr raus ja, wenn man Wände halt schon relativ viele hat so so eigentlich könntest du glaube ich nachher in dem Baum hier drin wohnen ja, so ein kleines schönes Baumhaus reinbauen ich müsste das nur irgendeinen Weg theoretisch kannst du noch einen hohen Burg äh, einen hohen Turm machen wo dann so eine Brücke in den Baum reingeht ja wüsste gar nicht wie das machen soll ein Turm mit ner Brücke ja, guck mal sieht das nicht schön aus oh ja aber irgendwie ein bisschen unsymmetrisch, oder? ja nee, geht ist toll oh fast tot fast tot das sah jetzt gut aus, der lässt sich neben dir dem Baum gefallen ah, mal Auge juckt so geh direkt mal weiter Auge juckt, ja musst du rauskratzen ja ach stimmt, ich wollte ja, äh, Holz fahren, oder? also, das wollte ich jetzt grad wieder machen also gut zum Glück bist grad nicht gestorben ja oh, äh vielleicht hab ich's mit dem Ball etwas übertrieben ach na egal, viel Holz hast du Glück gehabt? du bliebst mit dem Auge am Nagel hängen boah wenigstens das Auge denn, ich bin gekratzt boah ja, wollte ich auch grad tun und wenn du mit der Schere da loslegst, dann leckt das richtig also bei mir nicht bei mir mal ah, ich legste mit der Schere los und dann ging bei mir die Frames runter richtig krass hab ich aber grad irgendwie schon so ein bisschen laggy also bei mir geht's jetzt, schaub jetzt, 124 EFPS naja, ich hab 40 aber wirkt so laggy komisch komisch hä hallo Robin hallo ja wie lange geht die Aufnahme da jetzt eigentlich schon? wie lange geht die Aufnahme da jetzt eigentlich schon? also der Part eine Stunde eins oh, sorry schlägt der mich einfach mal beim Holz abbauen boah irgendwie irgendwie glaub ich das packt mein Rechner grad nicht mit den ganzen hörst du mal bitte auf Blätter abzuernten ich hab die grad ganz normal mit der Faust aufgeschlagen das leckt Alter, was hat der grade? boah, wie übel ist das voll oder so oder? oh da sagst du ein Brötchen ne, sind nur 1,2 Terabyte frei oah, oah stopp mal kurz die Aufnahme jetzt 그러ier